Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, noch einmal in die Bresche, Held, anzunehmen bei Hochlordivion Fortwing, in der Weißkrone, an dieser Position. Vorquest war die letzte Verteidigungslinie. Ich nehme die Quest auf während des Patches, 9.2.5. Das Video sollte euch aber auch in wie heute LK Classic helfen. Ihr seht, ich gehe nicht mal in eine Fluggestalt, ich bin nämlich auch schon gleich da. Und hier muss man hin. Quest ist abzugeben, beim Schwarzen Wächter, in der Weißkrone, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem nicht vergessen, in den Kommentaren findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr euch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.